Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Rocket League Rumble in der Season 7 und ich habe euch heute mal zwei Formate zusammengeschnitten in einem Video und zwar Toxic Guys und Anti-Mates. Zu den Toxic Guys brauche ich mit Sicherheit nicht so viel erzählen, das sind diejenigen die immer wieder und immer wieder mit diesem Water Safe kommen, was für eine Parade. Anti-Mates habe ich heute mal mit dazu genommen, weil viele einfach, ich weiß es nicht, ob sie es mit Absicht machen oftmals, aber gegen dich spielen und hier in dem Fall einfach quitten. Finde ich überhaupt nicht in Ordnung, da muss schon eine Menge passieren, bis jemand sowas tut, aber manche sind da sehr nah am Wasser gebaut. Von daher wünsche ich euch einfach mal viel Spaß mit dem folgenden Video, schaut mal rein. Ich bin euer Eukor und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Das war's. 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 Das war's.